So Gut, so der hat wahrscheinlich jetzt, genau, das hab ich mir schon gedacht Gut, im Prinzip haben wir nur die Pumpkins geguckt, die irgendwo hier lagen Und den Clay, war der Clay voll? Der war voll, ne, oder? Oder hatten wir hier noch ein bisschen was eingesammelt? 300, jetzt ist er, glaube ich, voll und hier oben war Pumpkins, ne? Ja, die würde ich noch mitnehmen Plup, 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 plup Jetzt war der Clay voll So, dann nochmal aufs Bötchen Also, was wollte ich gesagt haben? Genau, ich wollte mich entschuldigen für die Folge, die leider abhandengekommen ist Ich konnte leider nicht retten, ich hab versucht, den Papierkorb noch irgendwie zu recovern Aber leider ist mir das nicht gelungen Also war die Folge leider schon Futschi Kato weggewiesen So, da müssen wir hin, da oben Dann düsen wir mal Jetzt geht's erstmal nach Hause, sehr schön Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause gehen wir nicht Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ein bisschen Angst mit der Fackel so auf dem Boot zu sitzen, dass das Segel einfach wegbrennt Aber gut, oh Na, das nehmen wir noch mit Juhu, zwei Holz Ich und mein Holz Ich und mein Holz So, dann können wir direkt an unserem Steg andocken Das ist doch supi Ich freu mich Endlich wieder zu Hause gleich Sehr schön Aber cool, dass da auch ein Boss Gegner war Sehr, sehr geil Gefällt mir richtig gut So, hier ist der Fisherman's Friend Und dann dürfte jetzt hier vorne gleich unser Zuhause sein Jaaaa Aber ich glaube, es ist alles verrottet, oder? So, hier können wir andocken Sehr schön, hier ist unser Boot Äh, hallo? So Zuhause Wir sind wieder zuhause Yeah, geil Juhu Kann ich ernten? Achso, müssen wir mal gießen, ne? Sollte ich vielleicht die Gießkanne holen? Kann das sein? Ich hole mal die Gießkanne Äh, wo haben wir sie denn da? Ich wechsle das mal mit dem Schild Mit der 5 Dann füllen wir mal auf So, warte Ist das nicht schlecht geworden? Äh, nein, wie gieße ich denn nochmal? Nein, wie gießt man denn nochmal? Nein Wie gieße ich denn nochmal die Blumen? Mit F? Nein Mit V? C? Ich weiß nicht mehr, wie ich gieße Mann, verdammt, shit Ich hab das Gießen vergessen Äh, Controls Jump Row Ability Block Item Edit Mode Map Inventory Slot La 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 Holster Basebreed Rotate Fishing Boat Control Mist, wie gießt man denn nochmal? Mal Interagieren Mit Maustaste Passiert nichts Warte, ich guck mal hier, wie gieße ich denn? Also nicht mit der Maus Wie mache ich das denn nochmal? Muss ja irgendeine Taste dafür geben Ah, mit Kuh Alles klar Oh, lal Bin so doof Es steht doch unten in Ecke So, ich versuche mal alles zu gießen Oh, ich glaube der Baum ist schon tot Ist glaube ich ein toter Baum, oder? Kann das sein? So, dann gießen wir mal, ich hoffe ich treffe alles Weil ich sehe nichts im Dunkeln Unsere Geldfarben quasi So, dann gießen wir mal Fröhlich vor uns hin Habe ich den jetzt auch getroffen hier unten? Ja, ich glaube schon, ne? Ah ne, der Baum ist jetzt gewachsen, der ist nicht tot gewesen Ah, alles klar, oder? Ne Okay, er ist weg und gedeiht Ich würde sagen, ich gehe mal eben schnell schlafen Geh mal eben oben schlafen, einmal Ich blicke hier gar nicht mehr durch in unserem Zimmer Wir waren so lange nicht zu Hause Ist auch sleep So, ein neuer Morgen bricht an Hätten wir uns das Gießen sparen können, weil es fängt an zu regnen Wir haben leider kein Fernseher oder Radio Für die Wettervorhersagen, aber ist egal So, sehr schön Die Bäume sind glaube ich fertig Die können wir glaube ich abhacken Ja Da fallen die Birnen ab Sehr schön Und wir können pflanzen Wir haben ja sogar Seeds, ne? Was pflanzen wir ein paar? Ah, Birnen Vielleicht nochmal ein Pumpkin So, nochmal einen Baum pflanzen Plant all So, warte Plant all Haben wir noch welche? Ah, da geht ja nur ein Baum, ne? Stimmt ja Fehlt hier was oder ist hier nicht gepflanzt? Okay Da war glaube ich irgendwas nicht gepflanzt, ne? So, das war's Wir haben alles wieder gepflanzt, sehr schön Nice Supi dupi Supi dupi dupi So, wir können hier Einlagern Clay Können wir machen, wenn wir wollen würden Ich mach das mal Null Clay Kohle, da Kohle, 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 Kohle So, 60 Stein, hier nochmal ein bisschen Stein rein Noch mehr Stein So, sehr schön Äh, Holz haben wir auch glaube ich ein bisschen gesammelt Aber Holz ist eh voll Geh mal rein damit Doch, wir haben genug Holz Fast voll Sehr schön Ach, wie cool Ich feier das So, Freunde Ähm, was können wir denn jetzt tun? Ist jetzt auch die Frage Wir haben noch ein Skill, oder? Was haben wir hier? Eins Was ist das? Ach, ein Voidboard Totem Ach, guck mal Mhm Das ist aber nur Deko Haben wir freigeschaltet Ach krass Okay, Small Bench Capboard Ja Ein Sign haben wir Wir haben eine Schmelze Sehr geil Die können wir sogar auch bauen Zehn Kohle, 50 Steine Warte mal Fünfzig Steine brauchen wir, sagst du? Und Zehn Zehn Kohle Haben wir Haben wir alles am Start Äh, wo war das jetzt? Ne, Quatsch Hier Würde ich mal Wo baue ich die denn hin? Da hinten glaube ich Ich glaube ich baue die hinten in die Ecke Äh, wie rotate ich? Ähm Mit R Ach, die Musik Die beruhigende Musik So, warte Da glaube ich irgendwo hin, ne? Da Sehr schön So, was können wir daran tun? Wir gucken mal Huh, erstmal nicht draufstehen Fuel Okay Boost Haben wir nicht? Input Eisen machen Output nix Output kommt nix raus Okay Input hier Kommt auch nix Aber es muss doch was kommen, oder? Oder muss man mischen? Ah Ach du Heiliger Jetzt muss man mischen Haben wir noch mehr von den Kristallen? Also, können wir mal anmachen, ne? Lightning So, bin ich ja mal gespannt Haben wir von den Kristallen noch mehr gesammelt? Haben wir welche reingetan? Ne, ne? Ne, okay Das war glaube ich alles an Kristallen, die wir haben Jo, ich glaube schon Ja, drei haben wir noch auf Tasche Nehmen wir mal 26 Diese, diese dunkle Materie Wofür die wohl ist? Gießt der jetzt gleich hier rein, oder? Wie ist das? Oh, das dauert aber Okay, das dauert Ui, das wird ein bisschen dauern Ähm Was haben wir denn hier noch? Rare Collection Achso, hier Eins von zwei, okay, da fehlen noch Also, einen Boss gibt's noch anscheinend Schätze ich mal Upgrade zu Level 2 Oh Oh Oh, oh, oh Drei Barren brauchen wir Drei Barren Und was war hier? Ach, das ergibt die Kohle Das hier ergibt also die, also Steine ergibt Okay, ach krass Dann sollten wir ein paar Steine mitnehmen Na Wir haben noch genug gesammelt So, nehmen wir mal mit Wir werden mal gucken, wegen der Ernte Äh Was kann ich wie viel denn immer braucht bei einem? Das geht aber relativ zügig War das fünf? Zehn Huh, Donnerwetter Oh, ein Barren Juhu, wir haben ein Barren gesammelt So, wie sieht's denn aus in der Stadt? Ich würd sagen, wir fitschen mal in die Stadt Ich ess mal eben schnell was So, guck, guck, guck Äh, einmal hier gucken Hier ist alles gegossen Ja, das sieht alles sehr gut aus Das wächst auch alles Sehr schön Ich dachte echt, das wär schlecht geworden Aber anscheinend doch nicht So Weil die Stadt müssen wir ja auch noch upgraden, ne? Hüppah Ich weiß gar nicht mehr, was wir, äh In der Stadt alles brauchen Fürs nächste Upgrade Du, du, du In Bridgewater So Moin, Herr Bürgermeister Ich grüße Sie So, was haben wir denn da? Oh ja, das können wir sogar machen tatsächlich Von allem 100 bis auf Steine 150 Okay, das können wir mal machen Ich würd die Stadt mal upgraden Das ist, glaub ich, ne gute Idee So, wie viel Geld haben wir überhaupt? 283, was kostet denn nochmal der neue Rucksack? War der 1000? Ich glaub, die große rote kostet, glaub ich, 1000 oder so So, 250 Steine brauchen wir Und von den anderen Sachen 100 Also 100 Holz 100 Clay Also 100 250 brauchen wir davon 50, so Dann brauchen wir 100 Holz So 100, ja gut, 104 Ich nehm mal ein bisschen was auf Tash mit Wissen wir hier, was war das für'n Geräusch? Achso, wahrscheinlich der Barren, ne? So Was brauchen wir denn noch? War das alles? Das war doch nicht alles, oder? Oh, zwei Barren Da können wir eigentlich upgraden Auch hier die Werkbanken, ne? 150 Holz Ah, jetzt macht das alles so'n Sinn, so'n bisschen Ach ne, da sind andere Kristalle, die da reinkommen, oder? Ah, okay Ach ne, doch, die kommen hier rein Hier nur, haben wir nur zum Anzünden gehabt Da müssen wir gleich Kohle reinschmeißen Ich würd die mal upgraden 150 Holz Ich nehm mal ein bisschen Holz mit So, warte Schau, ob wir dabei sind So 300 Dann upgraden wir mal unsere Werkbank Upgrade, wuhu So Garden, Beat Unlocked Tool Chest Was haben wir hier? Oh, geil Holy shit Oh yeah Oh yeah Definitiv, Freunde Jetzt wird's lustig Wir brauchen auf jeden Fall Definitiv Stein Ich muss Kohle organisieren Oh, jetzt wird's interessant Jetzt wird's mega interessant Okay, wir brauchen also Brennstoff Das heißt, wir müssen in die Höhle Wir müssen Farmen gehen und so Die muss wieder angemacht werden, ne? Wir brauchen nämlich noch mehr Barren Ich mach mal so 50 rein, ja? Und hier 200 Wieso? Da war noch ein Barren, ne? So, wir haben insgesamt Wie viele Barren haben wir? Einen? Kann ja gar nicht sein Hä? Ach doof, wir haben grad geupgradet Stimmt, genau Das heißt also, das haben wir Das heißt, hier ne Axt und so Kost 3 6 Ich würd, glaub ich, das Schwert, glaub ich, als erstes machen Und dann die Axt So, ich guck mal eben wegen dem Dorf-Upgrade nochmal Was wir da jetzt alles brauchen Geil, ist das wieder schön zu Hause zu sein So, jetzt geht's wieder zur Sache Sehr, sehr schön Jetzt hat das auch alles wieder Hand und Fuß, was wir da machen Was wir da machen und tun Und können und sollen und wie auch immer Sehr schön, die Musik ist richtig Die kickt rein Ja So, da schlag ich mal direkt in die Luft Und Ah, bearbeitetes Holz brauchen wir Wie kriegen wir denn bearbeitetes Holz? Nicht Holz Bearbeitetes Holz Wie kriegen wir das denn her? Haben wir irgendwie eine Werkbank oder eine Eine Säge irgendwie, wo wir das Holz bearbeiten können? Das ist ja irgendwie erweitertes Holz, ne? Da müssen wir mal gucken So, hier drin Brutzels und Brennens, das ist sehr schön Ähm Hier haben wir auch was Neues Oh, was ist das denn? Weapon Rack A place To store, equip your weapons and shield Ah Und Toolchess, place Ah Sehr geil Maschinerie Eins fehlt noch Und ein Gartenbeet Farm Eine Watertower, krass Aber Gartenbeet Ach, das ist kleiner Okay Okay Na gut, okay Ich würde gerne wissen, wie wir das Holz bearbeiten Fireplace Raffinerie Raffinerie haben wir, ne? Genau Fireplace Brot Ah, da können wir Brot herstellen Aber wo Tufa Aber wo Ah, hier Ne So, 250 Aber wo stellen wir denn bearbeitetes Holz her? Boah Boah, wir haben so gefarmt, ne? Unfassbar Ähm Wie bearbeiten wir denn Holz? Wo kriegen wir denn das Holz her? Das Bearbeitete Crafting and Building Use for Crafting and Building Aber wo stellen wir das her? Frage ich mich Das muss ja auch irgendwo an der Werkbank oder sonst irgendwo hergestellt werden So, das sind die hier Wahrscheinlich ist das hier das Metall Kann man sogar schon herstellen Das Schwert mach ich mal Sehr nice Dann würde ich mal tauschen Oh yeah Sehr geil Abilities Mit Q Uh Uh Sehr geil Unser erstes neues Schwert Ja Mein Name ist Gerd Und ich reite auf dem Pferd Und das ist mein Schwert So Der Gerd knallt heute sein Pferd So Ähm Ja, der Gerd mit dem Pferd Der knallt heute sein Pferd Ne, der Gerd mit dem Schwert Der knallt heute sein Pferd So war das So Ähm Das passt alles, ne? Gut Gut Das kann von mir jetzt alles so weiterlaufen Ähm Trotzdem würde ich gern wissen, wie machen wir das mit dem Holz Weil wir müssen das ja haben für die, für die, für die Stadt Wo stellen wir das denn mit dem Holz her? Ich bin ein wenig überfragt Brot Zehn Brot haben wir Mhh Ich bin Brot So Ähm Das sind ja nur Sachen zum Hinstellen, ne? A place to store and equip your weapons and shields Das ist alles ganz toll Und es gibt nur eine Workbench Dann gibt's die Fireplace Das ist zum Brotbaden und so Das ist halt die Offenbarie, die wir gerade haben Und das ist hier die Stahlbarren herstellen Aber wo wird denn Holz erweitert? Ich lege mich mal schlafen Kann das sein, dass Holz Was? Haben wir irgendwo ne Hab ich ne dritte Etage gebaut? Jo, Tatsache Wofür eigentlich? Voll maßlos übertrieben So, schlafen Ich weiß nicht, wofür ich die gebaut hab, die Etage Wahrscheinlich, äh, würde ich nicht ganz alleine sein hier oben Ähm, aber egal Aber wo Da kann man das auch in der Raffinerie machen Ne, geht nicht, ne, oder? Das kann er nicht Ne, da Macht man ja nur die Dings So, vier haben wir Das heißt, wir können jetzt Noch ein neues Tool machen Ich würde, glaube ich, jetzt erstmal die Axt machen Austauschen Sehr nice Und als nächstes mache ich die Pickaxe Das ist ja auch geil 19 von 26 Was macht mir das Schwert eigentlich? Okay Aber da kannst du natürlich auch für Ferne dann quasi ein bisschen angreifen, ne? Ja, ich glaube, ich würde, glaube ich, die Pickaxe machen als nächstes Da fehlen uns noch drei Barren Boost wäre geil, dann würde es noch schneller gehen, aber den haben wir nicht Ähm, ja schade Ich weiß nicht mit dem Holz Ich muss, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen gucken Freunde, ich würde, glaube ich, eher sagen, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Aufnahmepause Und, ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Dann bleibt's spannend Und bis dahin habe ich bestimmt herausgefunden, ähm, wie man das Holz da erweitert und craftet Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss BT BR